Lakshmi ist die hinduistische Göttin des Glücks, der Liebe, der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes, der Gesundheit und der Schönheit. Nicht nur Spenderin von Reichtum, sondern auch von geistigem Wohlbefinden, von Harmonie, von Fülle und Überflussbeschützerin der Pflanzen. Sie ist die Shakti, die erhaltende Kraft Vishnus und dessen Gemahlin. Für die Srivashnaivas ist sie die Vermittlerin zwischen Vishnu und den Menschen, die für ihren Anhänger für Bitte bei ihrem Gemahl abhält. In den Pankatantras ist sie und nicht Vishnu Gegenstand höchster Verehrung. Dort führt der Gott die Befehle der Göttin aus, die als eigentliche Schöpferin des Universums auftritt. Sie wird durchweg mit positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht und gilt als gütige und gnädige Göttin. Lakshmi in den Veden Schon die Veden berichten über Lakshmi, die Göttin der Schönheit. Dort war sie eher ein abstraktes Prinzip, die Personifikation von Glück und teilweise Unglück, sämtlicher Tugenden und positiver, günstiger, gewinnbringende Eigenschaften und besonders mit königlicher Autorität, Macht, Ansinn, Herrschaft und Würde verbunden. Die Rekveda beschreibt sie als Kissen oder Sitz des Herrschers. Dort war sie aber nicht mit Vishnu verbunden, sondern wurde wechselnd verschiedenen Göttern zugewiesen, beispielsweise dem Indra, dem Soma, dem Varuna, dem Surya oder dem Kubera. Häufig verlässt sie einen König für einen anderen, der dann all seine Macht, Tugenden und Würde verliert. Auch soll sie den Dämonen, Bali und Pralada gedient und sie so zu wahrhaft großen Herrschern gemacht haben, bis sie sie wieder verließ und nichts mehr von deren Glanz übrig blieb. Am häufigsten galt sie als Frau des Indra, dem Vedischen Götterherrscher, dessen Königswürde unauflöslich mit Lakshmi verbunden war. Es heißt, dass Lakshmi Indra durch ihre bloße Gegenwart Fruchtbarkeit brachte und es regnen ließ, wenn sie an seiner Seite war. Eines Tages verließ sie den Gott aber, der sie suchte und in vier Teile zerschnitt, da selbst er sie nur so halten konnte. Sie wurde und wird von indischen Herrschern rituell geerlicht, um Reichtum für das Land sicherzustellen. Als ihre Schwester galt Alakshmi, die Göttin des Unglücks. Ihre personifizierten Söhne waren Schlamm und Dünger, mit denen sie zusammenlebte. Sie war auch die Schutzgöttin der Bauern. Es heißt, dass sie sich in jeder tugendhaften Frau verkörpert. Mythologie Nach der Mythologie entstieg sie als eine von 14 Kostbarkeiten dem Milchozean. Als dieser durch die Divas und Asuras unter Mitwirkung des Kurma auf der Suche nach Emrita aufgeschäumt wurde. Dieser Mythos berichtet weiter, wie sie, dem Wasser entstiegen, sitzend in einer Lotusblüte, Vishnu als Gatten erwählte. Die ganze Welt freute sich mit ihr über ihre Geburt, so wurde sie von den Regis gepriesen und Gandalfas machten die Musik dazu. Der Ozean schenkte ihr eine Krone aus Blumen, die niemals verwelken. Selbst die großen Flüsse Indiens, wie der Ganges, bitten sie, in ihnen zu baden, um sie zu segnen. Von Lakshmi heißt es, dass sie nie lange an einem Ort verweilt und sich nicht halten lässt. Will man sie mit Gewalt besitzen und festhalten, so verlässt sie den Übeltäter sofort. Die Dämonen versuchen, sie als Göttin des Wohlstandes nach ihrer Geburt für sich zu reklamieren sowie zu binden und für sich in Anspruch zu nehmen, indem sie die Göttin auf ihren Kopf stellen. Doch die Göttin weigert sich, sie anzusehen und verlässt die Übeltäter sofort. Darstellung Wird sie zusammen mit Vishnu als seine Gattin dargestellt, hat sie zwei Hände und ist stets von kleinerer Gestalt. Lakshmi ist meistens von Goldener, manchmal auch roter Körperfarbe und wird als schöne, freundlich lächelnde Göttin vorgestellt. Abbildungen zeigen sie zusammen mit ihrem Gatten auf der großen Welten-Schlange Ananta, wie sie zu seinen Füßen sitzt und sie massiert. Oder auf dem Adler-Gott Garuda. Sie ist es, die den Gott nach seinem kosmischen Schlaf zwischen zwei Weltschöpfungsperioden weckt. Oftmals zeigt man sie mit Vishnu in intimen Momenten der Zärtlichkeit, wie sie beispielsweise ihr Knie auf sein Bein legt, auf seinem Schoß sitzt. Wie sie sich anlächeln oder tief in die Augen sehen. Eine andere Abbildung in Badami, in der Vishnu auf einem hohen Stuhl thront, zeigt die Göttin auf dem Boden sitzend. Die rechte Hand auf sein Knie legend, sich auf ihm abstützend. In diesem Sinne heißt es auch, dass sie für die Besucher des Dschägener Tempels koche und die Speisen anschließend segne. Zeigt die Darstellung sie allein, hat sie meist vier Arme. Dann trägt sie in zwei Händen rote Lotusblüten, das Symbol höchster Wirklichkeit. Während die anderen beiden die trostgebende sowie gebende Handstellung zeigen. Aus letzterer Rennen Goldstücke, die meist als Geld interpretiert werden. Am bekanntesten ist sie als Gajal Akshmi, die auf einer Lotusblüte steht oder sitzt, von zwei Elefanten flankiert. Die aus Krügen Wasser über sie gießen. Diese Form ist in Indien oft als Glückszeichen an Tempeln, aber auch an Wohnhäusern zu finden. Oft zeigt die Ikonografie sie auch mit Lotus, Muschel, Topf mit dem Unsterblichkeitstränk im Rite sowie einer Bilwarfrucht. Erste die Darstellung achthändig kommen noch Pfeil und Bogen hinzu sowie Diskus und Keule. Sie ist dann Mahalakshmi, ein Aspekturgas und in diesem Fall nicht Vishnussgattin. Auch mit der Göttin Sarasvati gibt es Überschneidungen, die oft als Gattin Vishnuss gilt und zu der sie ein angespanntes Verhältnis haben soll. In ihrer Form als die Palakshmi in dienender Pose wird sie oft auf Hüllampen dargestellt und für Ritualzwecke verwendet. Andere Namen Lakshmi wird auch Shrei-Lakshmi genannt und als Shrei ist sie ein Attribut Vishnuss, an dessen Körper sie als Symbol Z. B. in Form eines Dreieckes erscheint. Andere ihrer Erscheinungsformen sind die Göttinnen Budevi oder Bumidevi, Bodhi und Siddhi. Sie ist auch mit dem Elefantenköpfigen Gott Ganesche verbunden, als dessen Shakti sie, besonders im Norden Indiens, erscheint. Manchmal, besonders in bengalischen Versionen, ist eine Eule ihr Begleittier. Unter dem Namen Vaishnavi ist sie eine der sieben Mütter, Matrika genannt. Sie wird auch Lokamata oder Jalatija genannt, sowie Kamala und Padma. Bei vielen Inkarnationen Vishnuss verkörpert auch Lakshmi sich und begleitet ihn, sie verändert ihr Wesen entsprechend dem ihres Mannes, um nicht von ihm getrennt zu werden. Verkörpert sich Vishnu als in himmlischer Form, so wird sie zur Göttin, nimmt er eine irdische Form an, so wird auch sie zum Menschen. Kam Vishnu als heldenhafter König Rama, war sie dessen Gattin Siddha, inkarnierte er sich als Krishna. War sie dessen Freundin Ratha oder seine Frau Rukmini. Als Rukmini war sie die Mutter des Patyumna, des wiedergeborenen Kamma. Dem Zwerg Vamana war sie die Padma, dem Vara Hadi Budevi, dem Parashurim Editarani. Sie erscheint auch als Maya, Göttin der Illusion des Universums. Am Ende des Mahapaya-Ata-Epos wird auch Draupadi als Inkarnation Schrei-Lakshmis bezeichnet. Etymologie Vom Namen her ist Lakshmi in der indogermanischen Sprachfamilie etymologisch verwandt mit der schwedischen Lichterheiligen Lucia, dem lateinischen Look sowie dem englischen Look. Alle Begriffe sind die Attribute der Göttin. Ihr heiliger Tag ist der Donnerstag, an dem besonders verheiratete Frauen sie mit Gebet und Opfer erren. Sie gilt als deren Beschützerin und jede von ihnen als ihre Manifestation. Daneben erscheint sie auch in besonders tugendhaften Frauen. Festtag und Verehrung Der dritte Tag des in Indien überaus populären Diwali oder Lichterfestes ist der Göttin Lakshmi geweiht, bei dem man ihr zu Ehren tausende von Laternen und Kerzen anzündet, Feuerwerkskörper abbrennt und die Häuser hell erleuchtet. Man spielt und feiert, während die Göttin von Haus zu Haus wandert, um einen Rastplatz zu finden. Sie komme aber nur in die hell erleuchteten Wohnstätten und bringe ihnen Glück fürs kommende Jahr. Dabei wird Lakshmi besonders von den Kaufleuten und Händlern verehrt. Im Dorf wird ein Misthaufen oder ein Haufen Auskudung als Lakshmi gepriesen. Der dritte Tag des in Indien. Vielen Dank.